Das ist ein Expressbrief. Bitte nicht trödeln. Heute kommt schon wieder eine zum Abendessen. Das ist der Blind Date Nummer 15. Dann arbeitest du von zu Hause aus. Ja, zwischen zwei Leichen kann uns Papa mal eben ein Butterbrot schmieren. Warte, Franziska! Wir haben etwas abgemacht. Warum musstet ihr Franziska so behandeln? Hey! Warum kommt der tollste Junge der Welt genau in dem Moment vorbei, wenn man ein Brathuhn vorm Baum retten muss? Ich bin so sehr verliebt. Ich kann fliegen. Bist du sicher, dass er deine Gefühle sehen will? Konzentration auf die wichtigen Dinge. Wer will den Sarg aufmachen? Rausiert. Wir müssen lernen, mit Veränderungen klar zu kommen. Nein, 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 Papa. Jetzt sitzen das. Das Leben kann schön sein. Und traurig. Und manchmal sogar beides gleichzeitig. Gruppenumarmung. Wie Himbeer mit Senk. You will be love. Wenn du cool wärst, würden sich die Frauen auch in dich verlieben. Dann ist es auch Schnurz, dass wir Leichen im Keller haben. Wissen werden auch in dich was. We'll be left. Wir sehen uns nicht. Nein, nein! Das ist Madison in diequest Så交�! Wir sehen uns nicht. Live 9 movies und wir sehen uns selbst schon. Untertitelung des ZDF, 2020